Ja, Zweibrücke, was soll ich sagen? Provinz, Tivki Provinz, aber das Umland ist richtig, richtig cool. Also rum, Wiesen, Wälder und so weiter. Ja, und wenn man hier aufwächst, dann muss man sich halt schon sehr früh für ein cooles Hobby suchen. Und bei mir war das Rock'n'Roll und CDs, Konzerte, all die Sachen, die sich in Musik drehen. Ja, und wenn man mit Kiss, AC-DZ, Modehead oder Rose-Tattoe aufgewachsen ist und AC-DZ einem den Soundtrack fürs Leben geschrieben haben und man selbst dann noch in einer erfolgreiche Band spielt, warum soll man dann kein Buch schreiben? Ein Rock'n'Roll-Buch nämlich. Ja, und here we are. Rock'n'Roll niemand lernt. Oder wie Angus Young mich aus der Tanzmusikhölle rettete. Erschienen im Pro-Business-Verlag. Eine Sache noch. Gott schütze Angus Young.